Könnt ihr euch bitte noch ein bisschen mehr ins Fenster vorne reinstehen, damit ich überhaupt nichts mehr sehe? Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play OMSI 2. Der Omnibus Simulator. Tach ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Es geht weiter auf der Map Alheim mit meinem US-Schulbus und ich schweiß auch gleich wieder die Facecam an. Viel Spaß. Irgendwas stimmt hier nicht. Hm. Hm. So. Was will denn jetzt der scheiß LKW da? Mann, ich komm nicht rückwärts. Ich weiß nicht, wie der scheiß Rückwärtsgang reingeht. Der ist doch drin, oder nicht? Ist der scheiß Bus kaputt, oder was? Ist die Tür noch offen? Was ist jetzt das Problem hier? Ich versteh's nicht. Jetzt wartet mal. Das kann doch nicht sein hier. Da ist der Rückwärtsgang noch drin. Schaut euch mal, wie der raushaut da hinten, ey. Das ist ja Giftgasangriff. Er fährt aber trotzdem vorwärts. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht kaputt. Ich versuch mal zu reparieren. So. Versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Na also. Du kannst jetzt nicht hier vorbei. Jetzt lass mich doch erstmal, du Pisser, du Blöder. Mann. So. Habe ich jetzt einen Vorwärtsgang drin? Ein Albtraum. Ein Albtraum in Gelb. So. Jetzt ist keiner mehr an Bord, oder? Sind alle raus. So. So. Zweiter Gang ist wieder drin. Next stop. Where are the place? Jetzt kann auch keiner meckern gerade. Das ist gut. Boah, ist das stressig. Oh, oh, oh. Ja, da haben wir's ja schon. Okay, das war gut. Das war gut, Herr Frenkel. Auch wenn Sie jetzt plötzlich sich den Hals verdreht haben. Und gerade irgendwie gar nichts geblickt haben. Aber das war gut. Schneller, schneller. Komm, 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 komm. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Fuck. Mann, 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 Mann. Stopp, Schild? Wozu das denn? Ist doch völlig überflüssig. Wie geht's da noch hier ab? Auf die Pfiffen hier. Da wird schon nichts passieren. Ich bin der Bus. Ich bin stärker. Was machen Sie denn da? Oh, scheiße. Ist doch einer da. Ach ja, ist ja gerade eingestiegen. Haha. Ja. Kommt rein und führt sich wieder auf hier. Hören Sie mal. Was machen Sie denn da? Ja, was mache ich denn da? Rate mal, überleg mal. Reicht die Intelligenz nicht? Soll ich dir sagen, was ich mache? Ich fahre Bus. Oh. Verzeihung, ich versuche Bus zu fahren. Oh, jetzt muss ich am Berg anfahren. Handbremse. Das wird immer komplizierter, Freunde. Scheiße. Da schafft er es im zweiten Gang nicht, oder was? Boah. Im ersten geht's. Und jetzt ist es mittlerweile wieder rot. Na gut. Aber jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich im ersten Gang. Und du blöder Pisser. Du sitzt hier allein im Bus. Denk dran, ne? Du sitzt allein im Bus und ich habe hier eine Faust. Und ich habe Muskeln. Und du bist allein. Ich will dir nicht drohen, aber ich sage dir, ich habe hier eine Faust und ich habe Muskeln. Fresse. Alles klar? Dankeschön. Ich bin völlig tiefenentspannt. Wer ist grün? Also. Ah, geht doch. Ich habe sie im Griff hier. Next stop, University. Again. Uh, was ist hier los? Muss hinten rum, ne? Das ist Einbahnstraße hier. Genau. Jetzt muss ich ja durch eine Schnecke durchfahren hier. Das ist ja noch schlimmer, ey. Oh, Mann. It's very difficult to drive this US bus. And I'm very glad that I speak so very, very well English. So I can talk to my guests. Okay, da sind wir richtig. Boah, ist ja viel los, ey. Lassen Sie mich bitte aussteigen. Nein. Bye, bye. Bam. Good morning, Mr. Asshole. So. Ja. Wunderbar. Da vorne müssen wir links abbiegen. Ich habe es im Griff. Ich kenne mich aus. Ich bin der beste Busfahrer der Welt. Das machen wir mit Schmackes. Huhu. Next stop. Bus. Du fährst ja schwimmer. Ist oftmals im ETS 2 Multiplayer. Jetzt habe ich nicht drauf geschaut, ob ich links oder rechts muss. Ist ja arschgeil. Könnt ihr mal die Fresse halten? Während der Fahrt den Busfahrer nicht ansprechen, heißt das. Ich fahr so ruhig wie noch nie zuvor, du kleiner Spritzer. Äh. Okay. Next stop at the paper. Paper was? Next stop at the paper. Paper Coaten? Next stop at the paper shit. Jetzt habe ich es. Blicke ich schon links? Äh. Rechts? At the paper shit. Heißt es. Ähm. Next stop at the paper shit. Alles klar? Oh. Grün. Shit. Äh. La 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 la. Ampel rechts, Ampel rechts. Auto links, Auto links. Da. Hat the paper shit denn? Now. So. Jetzt werfen wir doch mal einen Blick kurz auf die Statistik. 1,2 ist gar nicht mal so schlecht, weil es könnte ja auch 0,0 sein. Rein und los. Ein Stress, ein Stress. Nice. Oh. Oh. 6 Minuten Verspätung. Wie konnte denn das passieren? Next stop. Robert Street. Hua. Kurve. Ja. Hat er Angst, gell? Hat er Angst, hä? Habe ich aber im Griff hier. Habe ich sowas von im Griff, die Kurve hier. Ey. Der fährt ja, Leute. Das ist ja unglaublich. Weil er seinen Führerschein gewonnen hat. Das warst du, ne? Der mit dem Haltewunsch. Weißt du was? Zur Strafe darfst du laufen. Ich werde jetzt nicht anhalten. Das kannst du vergessen, du Arsch, du Blöder. Sad you can forget. Das hat sich greift. Sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Ich fahre Bus. Ich fahre Bus. Also. Ihr habt gesehen, was in Alheim alles an der Uni los ist, ja? Ganz viele Leute sind da eingestiegen. Scheiße. Vergessen die Kupplung zu drücken. Zu treten. Die Alheimer waren alle mal an der Uni. Aber was haben die da gemacht? Geputzt und Kabel verlegt wahrscheinlich. Aber so richtig was gelernt? Studiert? Ne. Kein einziger Alheim. Alheimer war da. Das könnt ihr vergessen. So. Da vorne muss ich mich wieder entscheiden. Zwei Felder sind frei. Links. Anhalten. Puh. Ha ha ha. Meisterleistung. Boah. Wisst ihr was? Ihr könnt laufen. Die denken jetzt, dass da die Ausstiegsstelle wäre? Scheiße, denken sie nicht. Sind doch nicht so doof. Aber jetzt lasst die Tür offen. Damit der Zug kriegt einen steifen Nacken am nächsten Tag. Damit ihr krank werdet. Und sterbt. Moment. Ich hab doch Vorfahrt, oder? Ja. Was? Oh. Wieder abgesprungen. Ha ha ha. Hab ich da nicht Vorfahrt gehabt eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Uah. Ah, die Lenkung ist ein bisschen, naja. Ihr wisst schon. Perfekte Landung hier. Hallöle. Alles im Griff hier. Alles im Griff. Will immer schön im zweiten Gang anfahren. Das ist super. Das ist richtig. Verzeihung. Next stop. Valdoria Street. And we have a stopping wish. This is the Valdoria Street at the right side. I have to look. I don't see anything. because I'm very blind. I think this is right. Right is right. Okie doki. Okie doki. Okie doki. Gas geben. Was macht der Depp da vorne? Weg da! Ich kann nicht anhalten. Ich hab'n Gangschaltbus. Geh weg! Was steht dir da rum? Ich hab'n Gangschaltbus. Ich hab'n Gangschaltbus. Ich hab'n Gangschaltbus. Stopp! Handicap school. Everybody out. Otherwise. I shit you in your neck. At this point we have to stop the video. I'm very sorry. But I need a pause. Yeah. If you liked it. Please. Thumbs up here. Thank you very much for traveling with the Deutsche Bahn.